Lora war meine beste Freundin. Ich werde mein ganzes Leben... ...ich um deine Tochter Lucie... ...und ihren Vater David kümmern. Weißt du, ich hab mit David geredet. David? Du hast nicht angerufen, also hab ich's getan. Du ziehst ein Kleid an? Gefällt's dir? Aber ja, ist noch schon lange her. Wir gehen aus, ich will schön sein. Es wird mir guttun, ein bisschen Zeit für mich zu haben. Sie ist hübsch, nicht wahr? Sie hat ein sehr hübsches Kleid an, das stimmt. Ist irgendetwas? Das mit der Bedienung war total plump von dir. David hat gerade seine Frau verloren. Ich hab gesehen, dass ihn das gar nicht interessiert hat. Übrigens, ich mag deinen Lippenstift. Er steht dir sehr gut. Was ist mit dir? Wieso rufst du mich an? Ich muss dich wiedersehen. Du schläfst mit David? Ist das wahr? Oh mein nein, was redest du da? Ich bitte dich, sag niemandem etwas. Es muss unter uns bleiben. Das kann ich nicht versprechen. Du hast jemanden kennengelernt? Eine Psychologin. Sehr sanft. Sie versteht mich, ohne mich zu verurteilen. Du bist krank, David. Ich will nichts mehr verdrängen, Claire. Es ist in mir. Das kann nicht lange so gehen, David. Das ist Wahnsinn. Ich weiß. Du bist pervers. Das muss aufhören.